Warum verehren orthodoxe Christen Ikonen? Ikonen sind Bilder von Jesus Christus, der Jungfrau Maria oder Heiligen. Wie ich in meinem Video über die Heiligenverehrung geklärt habe, waren Maria und die Heiligen ganz normale Menschen, also spricht auch nichts dagegen, Bilder von ihnen zu machen. Wir machen ja auch Fotos von lebenden Menschen und wenn die Menschen sterben, behalten wir diese Fotos als Erinnerung. Warum man Engel abbilden darf, ist auch klar. Gott selbst hatte Moses befohlen, über der Bundeslade im Allerheiligsten des Tempels zwei Cherubimfiguren aufzustellen. Doch was ist mit Bildern von Jesus Christus? In der Bibel steht doch, du sollst dir kein Götterbild machen, keine Gestalt dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen oder ihnen nicht dienen. Dieses Gebot verbietet sowohl die Abbildung und Verehrung von Götzen wie Baal, Poseidon oder dem Donnergott, als auch die Erstellung von Abbildungen von dem einen wahren Gott, den Christen verehren. Das letzte hängt damit zusammen, dass zu Zeiten des Alten Testaments niemand Gott gesehen hat. Das schreibt zum Beispiel der Apostel Johannes. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Jede Abbildung von dem, was niemand gesehen hat, wäre falsch, eine Fantasie und demnach ein Götze. Das ist absolut im Sinne der Orthodoxen. Niemand darf Gott abbilden, weil niemand ihn gesehen hat. Doch warum bilden wir Jesus ab? Ihr Lieben, die Antwort ist doch so offensichtlich, dass man sie gar nicht aussprechen braucht, weil man Jesus gesehen hat. Gott, die zweite Hypostase der Heiligen Dreiheit, ist durch den Heiligen Geist und die Jungfrau Maria Mensch geworden. Maria, die Apostel, tausende andere Menschen in Israel haben Jesus Christus gesehen, haben mit ihm gesprochen, ja, haben ihn sogar angefasst. Gott wollte, dass die Menschen ihn in einer bestimmten Form sehen. Und genau diese Form bilden wir ab. Das, was Gott uns selbst gezeigt hat. Nehmen wir mal an, es gäbe vor 2000 Jahren Fotokameras. Es wären tausende Fotos von Christus gemacht worden. Und auch jeder evangelische Pastor würde ein Foto von Jesus in seinem Büro hängen haben. Anscheinend wollte Christus sogar, dass der Nachfeld seine Gesichtszüge erhalten bleiben. Denn noch zu seinen Lebzeiten hat sich sein Gesichtsabdruck auf ein Leinentuch übertragen. Stichworte Christusbild von Edessa und Schweißtuch der Veronika. Auch auf dem Turiner Grabtuch sind die Gesichtszüge des Erlösers zu erkennen. Der nächste Punkt, warum wir Ikonen verehren. Die Verehrung von Heiligtümern gab es schon im Alten Testament. Im Buch Joshua lesen wir, wie der Autor zu Gott vor der Bundeslade gebetet hat. Und Joshua zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend. Er und die Ältesten von Israel und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Joshua sagte, ach Herr, Herr. Joshua betet dabei aber nicht die Bundeslade an. Er kniet vor ihr als vor einem Heiligtum nieder und betet zu Gott. Ähnlich ist es auch mit den Ikonen. Wir beten nicht die Ikonen an, also nicht die Farbe, mit denen das Bild gemalt wurde und auch nicht das Holz oder Papier, auf dem sich die Abbildung befindet. Wir beten den an, der auf der Ikone abgebildet ist, also Jesus Christus, den Sohn Gottes. Man könnte es mit einem Familienfoto vergleichen. Viele von euch haben Fotos von euren Verwandten zu Hause im Bilderrahmen stehen oder auch auf dem Sperrbildschirm des Smartphones. Wenn wir diese Bilder ansehen, erinnern wir uns an unsere Liebsten. Uns wird warm ums Herz. Doch das Fotopapier oder das Amulett-Display ersetzt uns nicht das Original. Wir werden auch kaum davon sprechen, eine Beziehung zu einem Foto aufzubauen. Unsere Gefühle und Gedanken gelten stets dem, der darauf abgebildet ist. Obwohl ein bestimmtes Familienfoto uns auch wertvoll sein kann. So ist es auch mit den Ikonen. Die Väter des siebten ökumenischen Konzils formulierten es wie folgt. Die Ehre, die dem Abbild entgegengebracht wird, steigt empor zu dem Ursprung des Bildes. Und wer eine Ikone verehrt, verehrt das Angesicht dessen, der auf ihr abgebildet ist.